so ich idiot und habe vergessen dass man die hier auch als zu punkte benutzen kann gerade die gesamte zeit da oben ruf also das hier oben standen wir gerade vor diesem skelettschlüssel vor oder hätte ich da ein hinstellen können mich rüberziehen und weiter das habe ich aber vergessen und dann habe ich das so und jetzt bin ich hier auf dieser seite hinter diesem vor hier das habe ich hinbekommen kann ich das hier schon mal ziehen und das hat man auch gar nicht gesehen by the way und ich muss jetzt hier lang ich muss jetzt hier lang hier runter da vorne ist die truhe und ja nächstes rätsel geht das muss ich jetzt auch noch die richtige reihenfolge treffen ich weiß gar nicht heile ich mich mittlerweile für irgendetwas ich habe probiert es erstmal mit dem also das erste war es schon mal nicht das war schon mal ein anfang würde ich sagen ich kann nicht ich kann nicht was passiert wenn ich den jetzt reindrücke und was gut ist und jetzt kann ich den ersten normal drücken und dann geht er auf so hoffentlich hoffentlich gut das war jetzt nicht ganz so schwierig weil es wurde doch relativ vorgegeben wo man jetzt hin muss oder welchen man drücken muss und dann fährt und dann geht er auf so jetzt kommen wir hier durch öffnen sich irgendwie noch mal ich glaube wenn wir den finden ist das unser entgegner welches tor ist das jetzt ich glaube da hinten soll ich sowieso nicht hin oder noch nicht hin das ist gerade gar nicht wo ich hin muss nein ja und nein ich glaube ich bin das wird so auf jeden fall nichts sie auch nichts direktes gott noch mal hier rüber ups den kann ich auch gleich hierher holen da schon mal sehr gut aus glaube ich ich glaube so ähnlich sollte ich es machen oder genauso eins von beiden die sich immer wieder um mal kurz diese beiden tun hier selbstverständlich ich meine die sind ja super auf den Weg ne klicken wir mal kurz den Weg an und Ich geh mal erst mal hier hoch, weil das sieht ein bisschen... Okay, das ist schon mal der Weg. Das ist gut. Das ist ein bisschen verwirrender als gedacht. Ja. Was ist dann hier? Was ist, wenn ich das hier mache? Ich hoffe, das ist nicht auf Zeit. Oh, hi. Jetzt bin ich hier hinten. Ah, und hier sind vor. Okay. Ich verstehe nicht, warum ich sie jedes Mal neu beschwören muss. Na gut, ja, wahrscheinlich damit ich sie nicht vergessere. Ich bin hier hinten. Autsch. Ihr habt ihn. Dankeschön. Sehr dankbar. Gott. Äh, ja, 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 ja. Ich meine, er ist wahrscheinlich nicht schwierig. Aber... Guck mal, der ist jetzt schon halb runtergefügelt. Ich habe nicht mal richtig angefangen drauf zu hauen. Gerade noch ein Endgegner, jetzt ein normaler, also ein normaler Frenner. Oh Gott. Ist das hier für eine Ebene? Alles, was du getötet hast, kommt wieder und versuch dich nochmal zu töten, oder... Ich habe mich nicht aufgewöhnlich irritiert. Ich habe hier einen Randgegner in deinem Erstigebreen. Im Erstigebreen. Und dann gibt's habe ich das System im Umstoß. Und dann? Ich habe mich reluctantly gemütet. Ich sage sie das voratif. Kann mal jemand zu Ende bringen, was ich begonnen habe? Wo komme ich? Von hier komme ich, oder? Ne, von hier komme ich. Gott, ich weiß es gar nicht. Okay, nicht doch von hier. Ne, hier muss ich aber hin. Und das ist jetzt der ultimative Hebel. Das ist halt wirklich der ultimative Hebel, er macht einfach alles auf. Cool. Why not, ne? Wenn man den ultimative Hebel hat, warum nicht auch nutzen? Oh, herrlich. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, ne? Auch nicht. Egal, dann behalte ich erstmal die hier. So, die kleinen Sch... Ich höre letztlich mal eben kurz nieder. Reliktiv, eh tu Gott. Auch sehr schön. Oh, der Käfer hat ein paar Schuhe fahren lassen. Wahrscheinlich von seinem letzten Typ, den er gefuttert hat. Ja, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr diese Robine, sondern mehr schon eine Höhle und sie wird immer dunkler und es gefällt mir gar nicht. Hallo? Ich hoffe, dass ein Champion kommen würde, der die Korrupten könnte. Und du hast weit gekommen, Horsmann. Ich bin ein Fortschritt. Ich bin ein Fortschritt, dass dein Reise hier endet. Basileus. Ah, wow. Okay. Okay, da muss ich nochmal ran. Also, der hat mich ein bisschen überrascht. Bin ich ganz ehrlich. Der hat mich richtig überrascht. Ach du Kacke. Äh, kann ich den vielleicht einfach mit der Pistole die ganze... Andere Idee? Nein, das wollte ich nicht. Neue Ausrüstung vielleicht mal. Ähm. Okay, da tut sich nicht viel. Brutal Glave of Fire. Das merke ich mir mal. Slow, Slow. Ja, Slow Damage brauche ich auch nicht so. Ähm. Resistance. Defend. Horns. Was macht das denn? Besser protects the wrist, throat, apoptosis und upper arms. Das zeigt mir jetzt aber auch nicht viel. Defense runter, Health hoch, Experience plus 5. Stärke hoch. Hoch. Das ist doch erstmal das hier, oder? Mach das hier, weil das hat auf jeden Fall mehr Defense. So, noch mehr Defense und 8 Stärke. Okay. Critical Damage. Ich nehme das. Critical Damage. Ich nehme das. Äh. Critical Damage. Noch mehr. Sehr schön. Okay. Also meine Ausrüstung ist jetzt ein bisschen besser geworden. Was kommt denn jetzt? Ich dachte kurz, ey, ist das? Ach, Liedner. Also ich greife weiter an. Ähm. Ok, Achidna ist schonmal geschwächt, ich glaube Achidna müssen wir auch gar nicht Also wenn man weiß, wie man ausweichen muss, dann ist er eigentlich gar nichts Jetzt kommt Achidna wieder, irgendwie Kann auch sein, dass ich Achidna gleich töte, einfach in der Videosequenz, was dazu gehört Autsch Jetzt sind wieder beide da Ok Die Arme ist keine Hexta für, die Camp doesn't nur für ihn Camp doesn't nur für ihn Und er gehört jetzt mir, hoffentlich Achidna Sphanx Das muss man ganz kurz, weil das Searing Venom Und auch schön schnell am Angriff, so mag ich das Ich muss alleine gehen Viele Leute Viele Vasallen Ich sterben für ihre Kämpfer, Bosse Meister Leider, leider So, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich hier rüber und hier lang und dann da raus Ist das richtig? Äh Nicht richtig Wie komme ich hier raus? Ich weiß es wirklich nicht Äh Over Was ich hier unten hin Wieder Äh Da Da Mit Enter Yes Ich bin mir da ziemlich sicher Ich bin mir da Ich bin mir da